Hallo, hallo! Ihr habt keinen Bock auf Massenware, ihr habt keine Lust auf Fast Fashion, ihr habt keine Lust auf Modeeinheitsbrei, dann seid ihr genau richtig hier in meinem Slow Fashion Kanal. Heute zeige ich euch tatsächlich die ersten Herbst-Winter-Modelle von Heidingsfelder. Kombiniert, inspiriert, let's have it! Hallo, hallo, hallo und willkommen zu The Slow Show! Mein Name ist Anja Heidingsfelder, ich bin Inhaberin von zwei Slow Fashion Brands und daher auch Modedesignerin. Ich zeige euch heute in diesem Kanal La Katscha Kawa Lala. Hallo, hallo, hallo und willkommen zu The Slow Show! Mein Name ist Anja Heidingsfelder, ich bin Modedesignerin und Inhaberin von zwei Slow Fashion Brands. Das eine ist Heidingsfelder und das andere ist Reincarnation. Heute geht es um Heidingsfelder, denn die ersten neuen Herbst-Winter-Modelle sind da. Ich mache immer nur eine ganz, ganz kleine Auflage, fünf, acht, zehn Stück höchstens, aus Naturmaterialien, aus Überproduktionsmaterialien. Und heute geht es um Bambus-Shirts, eins habe ich schon an und neue Missunita-Jacken. Ich werde die kombinieren und euch zeigen, wie man sie kombinieren kann, wie man mit einem guten Teil viele coole Styles machen kann. Let's go! Wer diesen Kanal noch nicht kennt, noch eine kleine Erklärung. Ich zeige hier nicht nur meine eigenen Modelle, sondern auch immer Modelle von anderen Brands. Ob das Schmuck ist, ob das Mode ist, manchmal sind es auch Schuhe, alles aus der Slow Fashion Welt, so dass ihr seht, ach, das kann man kombinieren. Vielleicht findet ihr auch zu Hause was im Kleiderschrank, was ihr umwandeln könnt. Das ist so meine Intention. Also viel Spaß und los geht's! Und natürlich werde ich wieder alles unter der Infobox verlinken. Ich hoffe, also ich habe noch keine richtigen Fotos jetzt, ich habe noch keine Modefotos gemacht. Ich hatte noch kein Modeshooting, aber trotzdem werde ich es irgendwie möglich machen, dass die Shirts und die Jacken und das, was ich heute präsentiere, unten unter dem Video in der Infobox verlinkt sind. Das heißt, ihr braucht nur auf den Link zu gehen und schon kommt ihr zu dem jeweiligen Modell. Jetzt hielt es aber endlich Schluss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.